Hallo und herzlich willkommen im Jagdschulzentrum Mitteldeutschland. Schön, dass ihr uns gefunden habt und schön, dass ihr euch entschlossen habt, eine Jagdausbildung zu beginnen. Was erwartet euch bei uns? Die Ausbildungsunterlagen, die ihr von uns übersendet bekommt, ist das Compendium Band 1 und Band 2. Hierzu haben wir zusätzlich für euch noch eine Audio-CD mit am Start. Des Weiteren haben wir einen kleinen Schießnachweis für euch vorbereitet und super wichtig, man will es gar nicht wahrhaben, aber der Ausbildungsnachweis, noch sieht er sehr jungfräulich aus, ist zum Schluss gefüllt mit den ganzen Unterrichtsstunden. Und zwar haben wir bei uns 112 theoretische Stunden im Unterricht. Wir werden in unserer Falkenerei, die 100 Meter von unserer Jagdschule entfernt ist, die Ausbildung zur Beizjagd absolvieren und sind minimum 25 Stunden auf einem Schießstand unterwegs, um die Schießfertigkeiten zu erlangen. Wir schauen mal ganz kurz in den Bereich Federwild. Da haben wir die Federwildbeobachtung in einem Vogelreservat. Wir haben Haarwildausbildung in einem Tierpark. Wir haben natürlich auch jede Menge Tierpräparate für euch. Haarwild, Federwild. Wir können anhand von Schädelpräparaten genau erklären, um welches Alter es sich handelt. Wir reden hier mal knapp über 300 Exponate, an denen wir euch ausbilden können, von den Taggreifvögeln über die Nachtgreifvögel bis hin zu allen Taubengänsen, Enten sowie einheimisch unter Naturschutz bzw. Artenschutz stehenden Singvögel. Dann lasst uns mal noch kurz umschwenken in den Bereich, wo wir es uns gut gehen lassen. Wir haben einen kleinen Aufenthaltsbereich. Unter anderem gibt es bei uns eine große Auswahl an alkoholfreien Getränken. Den Kompaktkursen werdet ihr hier versorgt mit einem kleinen Mittagessen, Kaffee, Kuchen. Wir halten für euch immer ein bisschen Obst bereit. Hier ist an alles gedacht. Und für alle Edelentzündlinge von uns, wir haben auch die entsprechenden Aufbewahrungsbehältnisse. Also sprich, euer Verschlussfach, wo eure Kleidung, eure Schuhe und eure persönlichen Ausbildungsunterlagen untergebracht werden können. Also, ich freue mich, dass ihr demnächst eure Sachen hier reinpackt. Bis dann!